Also, das Parlament wird in diesem Augenblick den Weg für Neuwahlen freimachen. Genau jetzt. Das ist mehrheitlich angenommen. Wir kommen zur dritten Lesung. Ich bitte jene Damen und Herren, die dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter Lesung die Zustimmung erteilen, um ein diesbezügliches Zeichen. Auch das ist mehrheitlich. Ich bitte, das Fotografieren während dem Abstimmungsvorgang einzustellen. Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter Lesung angenommen. Die Tagesordnung ist erschöpft.